So Leute, einer der wichtigsten Schritte, um erfolgreich von einem Kryptobullenmarkt zu profitieren, ist die korrekte Identifizierung der verschiedenen Phasen des Marktzyklus. Das Ding ist nämlich, unterschiedliche Strategien haben beste Renditen während verschiedener Phasen. Der beste Zeitpunkt für den Aufbau und für die Akkumulation von Kernpositionen ist während des Bärenmarktes und zu Beginn des Bullenmarktes. Und heute möchte ich euch wichtige Gründe nennen, warum ich persönlich glaube, dass wir aus dem Bärenmarkt rausgegangen sind und in die erste Phase des Bullenmarktes eingetreten sind. Natürlich gibt es einige Leute, die immer noch argumentieren, dass der Bärenmarkt noch nicht vorbei ist und Bitcoin immer noch neue Los erreichen wird. Also auch wieder unter 16.000 Dollar. Aber um ehrlich zu sein, schaut euch mal das Marktszenario als Ganzes an. Da gibt es echt überzeugende Argumente dafür, dass Krypto bereits in die nächste Phase ihres Zyklus vorgestoßen ist. Bevor ich auf einige genaue Grüne eingehe, warum ich persönlich genauso glaube, solltet ihr mal den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos wie dieses und auch keine anderen auf diesem Kanal verpassen werdet. Dann würde ich sagen, fangen wir mal damit an, dass wir uns langsamer besichert dem traditionell bekanntesten und zuverlässigsten Katalysator nähern. Und zwar selbstverständlich das Bitcoin Halving. Es gab bereits drei Halvings und auf jedes erfolgte ein massiver Bullrun für Bitcoin und natürlich auch den Rest der Kryptowährung. Während einige Leute sich jetzt vielleicht darüber streiten mögen, warum das Halving genau diesen Effekt hat, ist der Effekt an und für sich wahrscheinlich schon eine selbsterfüllende Prophezeiung geworden. Jeder hat die Gewinne gesehen, die nach den vorigen Halvings entstanden sind und keiner will sich die diesmal entgehen lassen. Also werden die Leute auf jeden Fall kaufen, wenn es stattfinden wird. Das vierte Halving wird auch derzeit für Anfang Mai des nächsten Jahres erwartet. Also in ungefähr zehn Monaten. Aber das genaue Datum schwankt mit der Bitcoin-Hashrate. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, ob zehn Monate nicht ein bisschen früh sind, um mit der Positionierung anzufangen. Und da würde ich zwei Sachen zu sagen. Also das erste ist, das hängt davon ab, welche Anleger ihr seid, was für ein Investor ihr seid. Wenn ihr gerne Feuer akkumuliert, bevor die Massen ankommen und dann einfach durchhaltet, egal was für Preisentwicklung wir auf dem Weg zum nächsten Allzeithof für Bitcoin haben und darüber hinaus, dann macht ihr natürlich jetzt schon schöne Gewinne. Andererseits, wenn ihr wisst, dass ihr Probleme damit habt, langfristig Positionen zu halten und ihr habt Angst davor, in Panik zu geraten, falls wir vielleicht Fahrt oder einen Flashcrash bekommen oder auch einfach nur seitwärts für eine gewisse Weile laufen, dann ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um zu kaufen. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr einen signifikanten Teil des Anstiegs verpassen könntet. Ich persönlich, wie ihr mittlerweile wissen solltet, Ich befinde mich gerade in einem Gemütszustand, wo ich jeden einzelnen Dip kaufe, weil ich glaube, dass jetzt schon vor dem Hiving-Effekt, dass es dazu in einer Rallye kommen wird. Das ist allerdings nur meine persönliche Strategie und ich persönlich habe mich jetzt schon eine ganze Weile lang positioniert. Das bedeutet, um das mal in die richtige Perspektive zu rücken, wenn ihr einen Coin für einen Dollar kauft und wir gehen auf zehn, dann macht ihr 10x. Falls ihr allerdings gewartet hättet, bis wir auf zwei Dollar sind und die Lage etwas klarer ist, dann haben sich eure Gewinne bei zehn Dollar schon halbiert. Und es lege ich noch 5x. Wie auch immer. Als nächstes können wir mal einen Blick auf eine Handvoll von On-Chain-Metriken werfen, die darauf hinweisen, dass Bitcoin den Bärenmarkt verlassen hat und sich auf dem Weg zum nächsten Bullenmarkt befindet. Als erstes haben wir diesen Chart hier von Bitcoins realisierten Capture-Down, was im Wesentlichen misst, wie tief der Bärenmarkt gewesen ist. Schaut mal, dieser Bärenmarkt ist ziemlich Standard gewesen und hat sich auch in einer ähnlichen Geschwindigkeit erholt wie die anderen Zyklen. Ein weiteres Zeichen dafür, dass der Bärenmarkt vorbei ist, ist, dass Bitcoin den realisierten Preislevel zurückgeobert hat und bereits als Unterstützung getestet hat und davon abgeprallt ist. Der angeprasste realisierte Preis ist eine Metric, die die Kostenbasis von Bitcoin verfolgt. Was bedeutet, wenn der Preis unter dieser Metric ist, dann sind sie durchschnittlich im Verlust gehalten und wenn wir darüber liegen, dann sind die Coins durchschnittlich mit einem Gewinn gehalten. Ein weiteres Zeichen für den Aufwärtstrend an den Kryptomärkten insgesamt sind natürlich auch die Charts der gesamten Kryptomarktkapitalisierung und der Altcoin-Marktkapitalisierung. Wie man wahrscheinlich erkennen kann, sehen die ziemlich ähnlich aus wie der Bitcoin-Chart. Die haben alle einen Doppelboden in der Nähe des Unterstützungslevels des 2017er Bullenmarkt-High. Das zeigt uns, dass nicht nur Bitcoin gesunde, bullische Anzeichen aufweist, sondern auch der gesamte Kryptomarkt als Ganzes. Natürlich will ich hierbei nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt nicht allen Altcoins gut geht oder dass sie super gut laufen oder auch, dass sie jemals wieder die Preise erreichen werden, wie sie in den vergangenen Bullenmärkten gehabt haben, sondern lediglich, dass der Altcoin-Markt so allgemein ziemlich gesund ist. Was einige Leute nämlich vergessen, ist die riesige Anzahl von neuen Coins, die seit dem Ende des letzten Bullenmarkts auf den Markt gekommen sind. Diese Coins tragen auch wieder zur Gesamtzahl der Altcoin-Marktkapitalisierung und auch gesamten Kryptomarktkapitalisierung, was wieder Auswirkungen anderer weniger erfolgreichen Altcoins, die sich nicht erholen konnten, ausgleicht. Bevor wir weitermachen, sollten wir nochmal einen Blick auf die Bitcoin-Dominanz werfen, die auch ähnliche Muster wie zu Beginn frühere Bullenmärkte macht. Hier zum Beispiel während des 2018er und 2019er Bärenmarkts, da stieg die Bitcoin-Dominanz stetig an, da Bitcoin natürlich eine bessere Performance als der Rest des Marktes gehabt hat. Man kann jetzt auch wieder das gleiche stetige Wachstumsmuster sehen. Der Hauptgrund dafür, dass wir nicht höher sind als das, was ich gerade erwähnt habe, ist einfach, dass mehr Altcoins da sind als in der Vergangenheit. Als nächstes haben wir auch einen enormen Anstieg des Interesses seitens der traditionellen Finanzunternehmen. Wir haben da BlackRock, wir haben Fidelity und andere ETF-Anträge, über die wir schon oft gesprochen haben und die natürlich die Tür zu Billionen von Dollar öffnen könnten, die in Bitcoin fließen und die den Weg für andere Coins, wie zum Beispiel Ethereum, den Weg ebnen, um institutionell Akzeptanz zu haben. Jeder Bullenmarkt braucht auch eine Art von Funke, um wirklich in Gang zu kommen und es sieht ganz danach aus, als ob der Funke dieses Mal darin bestehen könnte, dass die Giganten des traditionellen Finanzsystems endlich in den Kryptomarkt einsteigen. Falls ihr mein Video noch nicht gesehen habt, wie BlackRock ganz speziell seine Berater dazu anregen wird, Milliarden oder wenn nicht sogar Billionen von Dollar in Bitcoin zu leiten, dann solltet ihr euch auf jeden Fall dieses Video anschauen. Denn es hilft zu erklären, wie verrückt einfach der Einfluss auf den Markt sein kann, wenn sie ihn betreten und neue Produkte anbieten, wie zum Beispiel eben den vorgeschlagenen Bitcoin-ETF, wo wir gerade schon mal beim Thema der traditionellen Märkte sind. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass der quantitative Straffungszyklus der FED am Ende oder zumindest fast am Ende steht. Auf dem letzten FOMC-Meetings dieses Woche wurden die Zinsen noch einmal angehoben, aber Paul war ganz deutlich offener für eine Diskussion über Zinssenkung, während er in der Vergangenheit Fragen immer als viel zu früh abgetan hatte. Auch dieses Mal hat er zwar gesagt, dass es im Jahr 2023 keine Zinssenkung geben wird, da erwarten wohl trotzdem mehrere Beamte, dass sie im Jahr 2024 wieder damit beginnen werden. Was bedeutet, wir könnten die Rückkehr zu niedrigeren Zinsen haben und auch das Gelddrucken könnte ziemlich gut mit dem Halving und sogar der Zulassung des Bitcoin-ETF zusammenfallen, je nachdem, ob die Verzögerung kommt oder nicht. Mit all diesen Faktoren im Hinterkopf hoffe ich, dass ihr ein besseres Verständnis davon habt, warum ich glaube, dass wir in die nächste Phase des Kryptomarktzyklus eingetreten sind und dass wir uns entsprechend darauf vorbereiten sollten. Falls ihr im Übrigen genauso denkt wie ich, dann können wir gemeinsam von Bullenmarkt profitieren, wenn er dann erstmal da ist. Und ich will euch auch ein bisschen Mut machen, denn wenn wir mal einfach einen kurzen Blick auf den Bitcoin-Chart werfen, kann man sehen, dass der Weg in und durch den Bullenmarkt nicht einfach ist. Dips von 20% oder sogar noch mehr sind keine Seltenheit für Bitcoin und bei Altcoins können es sogar noch größere Bewegungen geben. Aus diesem Grund ist es auch wichtiger denn je, dass ihr euer Risiko im Griff habt, denn das Letzte, was ihr sehen möchtet, ist, dass der Bullenmarkt im vollen Umfang da ist und ihr habt bereits euer Handels- und Investitionskapital verloren, während ihr darauf gewartet habt. Außerdem gibt es noch eine weitere Sache, über die ich mit euch sprechen möchte. Der Sponsor des heutigen Videos. Ein ziemlich vielversprechendes Projekt, das von Ubisoft inkubiert wurde und sich noch im Anfangsstadium befindet. Und zwar heißt das My Lovely Planet. Ein Web-3-Spiel, das gleichzeitig Spaß machen soll und die Umwelt schützen soll. Das ist also ein Konzept, das bisher weder in einem Web-3- noch in einem Web-2-Spiel umgesetzt wurde. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines kleinen Tieres auf einer Insel mitten im Ozean und sie müssen Samen sammeln, um die Insel weiterzuentwickeln. Jetzt gibt es hier allerdings eine Wendung. Und zwar, die Aktionen der Spieler im Spiel werden in der realen Welt nachgeahmt. Wenn sie Bäume pflanzen im Spiel, dann pflanzen das Team auch in der realen Welt Bäume, indem sie 15% der Einnahmen-NGOs spenden, die dann effiziente Umweltaktionen durchführen, wie zum Beispiel Eden Reforestation oder Sea Shepherd. Die Mission des Teams für das Projekt My Lovely Planet ist es, bis zum Jahr 2030 eine Community von 100 Millionen Spielern zu schaffen, dann eine Milliarde Bäume zu pflanzen, eine Million Tonnen Meeresmüll zu reinigen und die Artenvielfalt zu schützen. Das Projekt wird vom Ubisoft Entrepreneur Lab vorangetrieben, das auch die sehr erfolgreichen Projekte SoRare und Xe Infinity beschleunigt hat und bietet dem Team umfassende Unterstützung durch Global Gaming Experten. Das Projekt hat sogar schon den internationalen Wettbewerb Unity for Humanity gewonnen. Das Spiel ist ab sofort in der Beta-Version im App Store und im Play Store verfügbar und hat schon eine ziemlich starke Bewertung von 4,5. Die Vollversion V1 wird Ende Juli erscheinen, also schon ziemlich bald und die wird sogar noch besser sein. Das Projekt hat bereits eine groß unterstützende Community mit 520.000 TikTok-Followern. Das ist schon eine ganze Menge. Die Erfolgsbilanz der Gründer ist auch ziemlich beeindruckend. Clemmer Lebrun ist Absolvent der Paris Tech und hat die Suchmaschine Lilo.org gegründet, die immerhin 6 Millionen monatliche Nutzer hat, 10 Millionen Euro erwirtschaftet und 5 Millionen Euro an NROs gespendet hat. Der native Coin des Projekts heißt MyLovelyCoin oder auch zu kurz MLC und wird auf der Polygon-Blockchain ausgegeben. MLC ist direkt mit den Einnahmen verknüpft, da sage und schreibe 85% der Käufe zum Rückkauf von Token an Exchanges verwendet wird. Das bedeutet, je mehr Spiele das Spiel hat, desto mehr wird der Wert von MLC steigen. MLC wird auch dazu verwendet, um Zugang zu einem Ökosystem von Produkten zu erhalten, da es als Zahlungsmittel verwendet wird. Das Team hat das Ziel, MLC zu einem der Top 30 Kryptowährung zu machen und sie planen das zu erreichen, indem sie auf den 90 Milliarden Dollar Markt für Mobile Gaming aus sind und seine 2,5 Milliarden Spieler. Das Ding ist jetzt nämlich auch, die integrieren MLC und die Web3-Technologie auf eine Art und Weise, dass die Leute nicht mal mitbekommen, dass es Web3-Technologie ist und das macht es natürlich so viel einfacher für neue Nutzer. Ihr ladet einfach das Spiel innerhalb weniger Sekunden runter und fangt an zu spielen und gleichzeitig die Umwelt zu unterstützen. Dieser Plan hat sich bereits als erfolgreich erwiesen, denn er hat Ubisoft überzeugt, Unity, die Community von über einer halben Million Anhänger und 15.000 Spieler der Beta-Version. Der Public Sale für MLC läuft derzeit und es dauert ungefähr drei Minuten, um über den Link in der Videobeschreibung mitmachen zu können. Ihr könnt mit Krypto bezahlen, ihr könnt mit Kreditkarte bezahlen oder Banktransfer. Der Tokenpreis beginnt mit 0,0731 Euro und steigt allerdings jeden Sonntag und Mitternacht. Das bedeutet, je früher ihr mitmacht, desto mehr Token werdet ihr natürlich erhalten. Nach dem Public Sale wird der Token zu einem Preis von 0,1 Dollar gelistet auf zentralen Exchanges Ende des Jahres und das Team ist auch in Gesprächen, um in den nächsten Monaten auf einem Top-Launchpad zu starten. Der Public Sale läuft wie gesagt schon. Das bedeutet, falls ihr jetzt in diesem frühen Stadion von diesem Projekt profitieren möchtet, könnt ihr das mit den Links in der Videobeschreibung machen. Im Großen und Ganzen sind wir dann auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Kommentar da und wir sehen uns dann im nächsten Video.